So, hallo, jetzt die letzte Runde, äh, Metal of Honor, hier ist der Maximus und ja, der hüpfende Crysis. Ja, wir spielen auf der Map Basilan-Folgen und zwar wieder Team Deathmatch. Ich würde mal sagen, let's go. Let's go, es geht schon wieder rund hier, ey. Ich schiebe erst mal eine Granate hier rein. Oh, die habe ich hier auch. Oh, hinter uns, hinter uns. Oh, Alter. Hey. Der war aber jetzt ein bisschen fies, oder? Mhm, schon. Also, keine Ahnung. Ich denke mal, es war verboten, was er gemacht hat. Ich habe noch eine Granate, aber die hat dann leider nicht gekillt. Schade. Du musst wieder einen guten Spot suchen. Hier ist, hier ist einer. Habe ich dir den Kill geklaut? Ja, nein. Gehst du ins Lagerhaus, das sind nämlich ein paar anscheinend. Ja. Hier, die können wieder da vorne lang kommen. Nein, 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 nein. Ich gebe auf die andere Seite vom Lagerhaus. Da kommt einer, da kommt einer. Scheiße, ich bin tot. Der hängt immer noch da. Aber ich glaube, der ist, äh, ja, gestorben. Ja. Ich komme zu dir. Okay. Boah. Da oben in einem Lagerhaus ist einer. Ah, ne, da hinten. Oh Gott. Du komm mal ganz langsam hier um die Ecke. Au. Ah. Oh mein Gott. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Ich habe ihn noch gekriegt. Gibst du? Oh, ich habe noch 2%. Ich komme zu dir. Ja. Ich habe ihn irgendwie auch nicht mehr. Gut. Schön. Da kommt einer. Ich habe ihn. Nice. Alter, wir sind die Obercamper. Aua. Aus der Tür raus. Ja, genau. Ja, wir brauchen unbedingt diese komischen Claymos oder so. Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch brauche ist so einen, äh, inszenierten, ja, Totschlag. Wo bin ich denn jetzt dispawn da? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich bei dir wieder. Aber irgendwie, wo wir jetzt sind, das mag ich irgendwie gar nicht so. Ah. Unschön, ja. Nicht gerade optimal. Die können überall hier hocken. So, pass auf, ich gehe jetzt weiter. Ich gehe bis zu den Kartons. Äh, Kisten. Oh, hinter uns, hinter uns sind welche. Ich schmeiß mal Granate. Ich bin immer noch, bin da bei dir. Oh. Schön, schön, schön. Oh. Zwei gekillt. Oh. 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 Oh, ey. Überall, Alter. Ja, jetzt von drei Seiten fast schon. Ich guck mal. Ich denke mal, ich hoffe, wir spawnen jetzt woanders, ey. Hoffe ich doch mal. So, ich bin jetzt irgendwo. Mhm. Ich bin jetzt bei dir. Gut. Gehen wir mal hier. Du bist in Gefahr schon da. Achso. Achso. Nice. Jut. Jutli. Haha. Ey, wir sind. Wir zocken ja richtig gut. Oh. Und den nächsten. Gar nicht aufgepasst. Hinter uns. Oh mein Gott. Fuck, Alter. Ja, eine Rückumssicherung geht nicht mit zwei Mann. Ne. Du hast ihn wenigstens gekriegt, ich bin wieder bei dir. Wo kam der denn raus? Ist hier ein... Direkt hinter uns einfach. Ey, schon wieder. Da muss er doch inner sein. Ne, das ist eine scheiß Position wo wir sind. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich muss erst mal weg hier. Ich hoffe, hinter uns kommt jetzt keiner. Ich hoffe es mal auch. Vielen Dank. Da war gerade eben Schuss zu sehen. Ja, hinter uns. Hinter uns. Da links um den Raum. Links ums Haus. Fassen. Ja. Ah, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich schmeiß Granate. Ich lade nach. Ja. Ich gucke da hinten. Da ist einer. Ja. Aber der läuft jetzt hinten weg. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier. Au, hinter. Ah. Scheiße. Down. Gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich mache Mörser. Der ist immer noch im Deck. Wieder down. Oh. Was war das? Von vorne. Ah, ich bin tot. Ich habe nichts mehr gesehen, ey. Ich lebe noch. Ja, der kommt jetzt. Ne, der geht den Weg links rein. Ah, ah. First Squad, würde ich mal sagen. Ja? Gut. Oh, ich dachte jetzt. Was ist denn jetzt los? Alter. Oh, wieder links. Links hinterm Wasser. Oh, ja. Ich bin gerade. Hey, hey, hey. Ich musste erstmal wieder meine Gedanken sammeln. Ja, ich habe jetzt irgendwas wieder freigeschneidet hier. Okay. Kannst du bei mir spawnen? Ja. Bin gleich da. Jetzt. Okay. Da links sind sie. Wieder wo wir eben waren. Ja. Gut. Versuchen wir mal wieder hier die Stellung zu halten. Hinter uns. Hinter uns. So, der ist weg. Da war einer von uns noch. Ja. Ey, und wir haben gewonnen. Cool. Aber wir sind... Leider nicht das erste Team, aber... Ja, ihr seid ja auch schlecht. Ja, wir sind schlecht. Gut. Ja.